Ja, jetzt wieder hier ein Punkt rausgegriffen. Deutsches Rotes Kreuz gleich dich richtig kaputt machen. Fluthelferin erhebt schwere Vorwürfe gegen das Rote Kreuz. Auch da wieder immer wieder nachrecherchieren, nachgucken. Kann das nicht untermauern und als jetzt komplett wahr hier darstellen. Aber gut. Und gibt natürlich dann noch weitere Punkte bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.